Mit Tap Shot rein pushen. Ja, das wäre ja auch eine Sache. War Splat World? War das? Nee, gar nicht wahr. The World hieß, glaube ich. Ich glaube, das war immer, glaube ich, so ein sehr viel. Mal gucken. So, erst das Snipe. Ich bin sogar Bomben, easy, ey. Okay, er ist zurückgesprungen. Warte. Inget pushed me. Fly! Ey. Boah, ich bin doch irgendwie voll an Skorp gewohnt und irritiert, dass ich gar nicht ran suche, ey. Die. Ärgerlich. Und nochmal versucht, ja, hat's so einen Geheimnis. Ich bring mal dazu. mann diese oder der tänder naomi es geht rotation ist für bleistift sasse also das auch so gesehen wohl viel dass du sagst ja und deswegen aber ich sag so wie es ist jetzt durch gesehen habe welche wache gespielt würde ich am liebsten wieder gehen aber aus wie dieser schreibt oder keine ahnung am liebsten würde ich jetzt offline gehen und mich ins bett legen und im youtube schauen oder so kommt da schon irgendwie gut hin der charger links der entscheidung bleibt auf jeden fall unten mal links sollte ich komme dass ich den reihen wir aber krate mit dem zum Charger na eigentlich Ich mach mal Sauger, mach mal das wieder mit, hopp, gleich kurz noch mal die Zone, 1 Kill, hopp. Der nächste Tod ist noch die Doppler links um, die sind auch weg, perfekt. Ich hab gleich wieder Sauger am Start. Ja, sehr gut. Ich hab das noch weg. Nein, ich hab das noch nicht. Ich hab das noch nicht. Ich hab das noch nicht. Mal noch. Jetzt wird er so kasselig. Jetzt kommt wieder zurück an seinen Landeplatz. kommt immer mit dem sorgen mal rein doppler sind in der zone hinteren die ziehen sich zurück links links noch ein weg daran erwischt aber ich bin auch tot es gibt nur noch der 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 sind der linken zone ok krasse war noch verliegen so eine hinteren sonne schade obwohl ich ein tag dir und alles dankeschön für den das outfit saßte das war von den effekten schon so dass ich es am einfachsten darauf auslegen konnte jetzt hat er einfach oben stehen und 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 sehr schön da oben links steht einer oben war der Inkstrike da hinten aber er zieht sich wieder zurück oh gott jetzt hat er wieder mit seinem 7k irgendwer nachgesprungen ich glaube den haben sie auch von rechts kommt einer der ist weg von links zwei der Pinsel und noch irgendwie einer mal lieber zurück ich habe sauer der Pinsel ist genau da in der Ecke irgendwo da ist er mit eismut geträumt ich bin immer wieder zurück 7k da ist er wenn sie nicht hat nicht mit dort von links und einer rein da ist da spielt noch einer hin sehr gut sehr gut sniper du oh gott oh man egal das reißen wir noch rum ja das einfach mal gegen da ist da ist da ist okay okay dann auch wieder herr aber ich glaube das passt sehr schön ja easy ja easy das ist da ist da ist da ist der 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 entgegner wieder Nur mal Sauger für den Crap Tank. Oh shit. Ja, ich bin tot. Mein ist besser weg. Zwei sind da oben links. Warte, die Zone? Naja, scheiße. Ist einer gekommen? Ich glaube, gleich links lang, oder? Krass. Ja, rechts ist auch noch einer, der pusht. Ich glaube, du überlebst das im Sauger. Cool. Ich denke. Ja. Und dann? Aber du bist zurück. Ja, ich denk nicht. Ich glaube, das ist das eine Ilма abbeutatet. Und ich weiß nicht. Entfernen kann euch nicht gleich ein bisschen. Im Grunde genommen. Ja, ich Jumpa! Auf einmal zu einfachieren. Ich esse gleiche. Ja. Jeann ist das. Ja, ich denke. Warte, das ist das ein Lege. Und ich mache das natürlich nicht. ja hier bin ich gesprungen hier wird nicht gesprungen ich bin zurück rechts ist auf jeden fall noch eine okay die haben getradet du bist da runter du bist mutig ja es bleibt dann das übrig ich liebe dass ich das überlebe einer weg die ender das hat er denn für fehl Nein, ich war das gegen die Kremte! Hier ist es. wir müssen meinen sauber viel zeit aber nicht und auf vier sterne das zeichen und einer klamotten marke wie viel fehlenden ist es dann erstes oder hast du da schon ein paar vom kill von links oben ist einer das mal gegangen sind sich da zurück I just sort of can never mind No, I'm going to go back von rechts ja der slow aber der hat nicht überlebt sehr gut dass er der klexus bernsober ich bin zurück gespannt jetzt kommt er wieder da reinge zum bürger durch die wand wie sogar schade da ist noch dies bleibt da drin in der zung und links von dem ist glaube ich auch noch der knallschlapper und Ah, die Gelände. Ah, Tent macht das. Oh, die Tatsuko. Krass, das ist ja voll knapp hier gerade. Bomke, den nämlich auch, der springen wollte und ich werde gerade gepusht. Ja, das ist einer. Ja. Ja, dann ist gerade eigentlich nur einer eine Zone, ne? Der ist tot. Zack, Weiber. Das war gesagt, ich schieße hier wie Loading. Also läuft doch. Ja. Guck mal, Weiber. Was? Komm mal rein, komm in die Zone. Okay, passt. Der wurde auch abgehört. Von oben rechts. Ja, der hat mich. Aber ist egal, wir gewinnen jetzt, dachte ich zumindest. Ja. Ja. Ergerlich. Noch ein Weg holt. Oh, shit. Ja, Tentat ist noch Tresuka. Da liegen auch noch zwei. Ja. Oh, jetzt pusht mich in den Gellern. Okay, ist weg. Ja, easy. Das wird noch eine Niederlage. War doch ganz entspannt. Zack. So läuft das. Ja, eine Poen Kausik wäre natürlich auch cool gewesen, aber. Gegner zappeln lassen. Was? Mal gucken. Haben die jetzt nicht das Temp von unseren Mädchen gerade hier? Ja. Zack. Einer hab ich's. Na, der kein Proverter ist ja. Na ja, der würde mich killen. Ich bin jetzt mal zurück. Sicher, sicher. Komm. 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 Ja. also besser ja das law ja das ist ja die situation ja da bin ich um mich schon mal hin sauber wieder bekommen so geil ist gut ist dann da kommt mich einfach weg ja der slow dazu wird er denn zu kann nicht sterben wäre sehr gut naja zone verlieren wir natürlich noch jetzt machen wir sagen ja der schönes geräte gut ja gut haben wir aufgegeben also der stimmen jetzt okay ich glaube die haben auch der eine steht zumindest nur rum wobei ich kann jetzt von links jetzt ist hier fair jetzt 33 ja eh sie erster sieg 3 sieg und du hast dich nur als verlieren eingestellt das erste spiel war schwer hat noch 50 sein können ja außer cool was nur mit einem kleinen erlaubten kreis und so schlecht ist irgendwann aussortiert ist das so heiß Okay, okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ja mal guter sauger aber den platzern mitgenommen ich bin gleich mal dazu was die sprung applikation ja doch 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 ich nicht heilboje links ist der blaster du bist der letzte ich denke du wirst das was ich habe mir oben geguckt drei leben von uns gerade wurde gespawnt ergerlich eine komplette von links der blaster wieder die haben wir hinten da wirklich einfach gut das er kommt wieder von links da kommen wir den tag hier sind wir Easy geht doch. Kannst du bis jetzt zu Hause. drei leute die auf einer stelle kleben ich habe mich daran gewöhnt nicht mehr auf der stelle zu kleben ich bin lego flink das nicht aber das ist der gegnerische tender der war einmal hinter mir ich dachte dass er während unserem team was ein imposter oder kommt einfach mit dem stempel und vom stehen bleiben aus schießen und treffe ich noch nicht einmal ein 203 bin ich zu dumm eigentlich den scheiß sprengkammer da oben dran zu werfen noch ein bau und sich für dran ja wir müssen offensiv spielen es hat bisher funktioniert so kommen wir wieder richtig stark zurückgeholt gut hier drei specials auf einmal eingesetzt belastend aber ich finde wir hatten guten bursch eigentlich dafür blick noch ein schock gerade da kommt einer von rechts der geht weil wir wahrscheinlich hier hoch da hast du dann gleich wieder stempel ready da kommt er und ein bisschen offensiver oder so herrte vom sauger was wollen sie machen keine chance wer wird stehen bleiben nicht stehen bleiben über rennen da sieht man es dann schnappt ihr voll die agro waffe die chancen stehen aktuell sehr hoch noch mal ein charger zu spielen nach zwei chartern bin ich glaube ich auch gut eingespielt er ist einfach gewinner in unserem thema gegner team ich glaube die doppelwand ist meine man hat gesagt ich bin ein gewinner ja kämen das bist du oh gott oh gott ja das bin noch einer genau dahin hat er gar keine konkurrenzungen ob ich dachte aber ich habe ich kann ja nicht wohnen deswegen habe ich nicht abgekämt bekommen weil sie sich tröstet ich jetzt wahrscheinlich an geschäft trotz war nicht ja das frage was sie kann einfach springt was wie kann er denn da noch weggesprungen haben ohne schatz dennoch mitgenommen und rechts pusht auf jeden fall einer noch aber dann habt ihr sehr gut das frage ich nicht da raus raus jetzt haben wir den sieg war es jetzt hier nämlich am ende sieht am ende dann wieder vorgemacht einfach so perfekt ja wir sollten am anfang so wie wir es jetzt die letzten drei viermalen gemacht haben einfach die gegner immer runterkommen lassen bis zu 30 mal mindestens und dann gewinnen wir das sportvoll aktiv vielleicht echt nicht so schlecht damit die gegner uns erst mal nicht mehr ernst nehmen und dann überrennen wir die sagst du denn der der 5h ist genau der das wird ja jetzt eine wilde rotation also wenn wir das jetzt schaffen finde ich sollte er das aber kennt bekommen aber der hat auf jeden fall schon mal movement als spieler nicht seit gestern ich habe mich auch aber ich habe die getradet war man als ob ich die noch nicht mal egal da müsste gleich zu der luft gekillt ich glaube sogar jetzt bei uns aber ansonsten steht da kann doch wer sind zwei links muss abhin ob wir waren das ok der ding ist auch noch in der mitte ja diese die ziehen ja wir wollen wir noch da hat er dann muss es auch noch wieder eine zone rechts jetzt kommen jetzt über rennen sie uns ja gut müssen auch mal verlieren können ja nicht nur gewinnen das heißt du wieder oder immer noch die sniper wie eine wieder eine andere würfelt ich habe ich habe schicksal entscheiden lassen und das schicksal sagte wer so gut snipe wieder also eigentlich würde ich auch gar nicht sogar nach vorne gehen ja für die motivation jawohl meine spieler auch stift der weiß auch was abgeht nur der wird ein besser spieler als ich ich beliebe in dich du machst das steht auch da unten und nicht hier oben wie ich da kann ich mir da ein bisschen noch was von abgucken einfach nach elfen ich will war gar nicht ich will ja hier auf der rechten seite noch nicht fahren ich wollte mit dem saug an den eingeber irgendwie hat das nicht so gesagt ich wollte er sagt nicht wie ich will dann ist doch da links einer ja dass das ist außer meiner reichweite das ist immer wenn ich mit wulfi spiel treffe ich auf top 10 ich habe dadurch entweder den h3 oder den also den anderen dafür hat es denn ich jetzt spiele ich glaube auch schollensiedlung ja genau genau guck mal wie ich mich erinnern kann ich schreibe das nämlich auch auf also ich dachte du das kann man sich ganz gut merken weil es einfach so verstörend war hilfe das lobt ich nicht mal denn das ist die frech mama sauger der will wieder herkommen ja ich habe ich habe mich beziehungsweise schon zweimal erwischt also wenn er sich jetzt noch mal anlegen dann ich hoffe nicht ich mache mal hier über die zone doppler von rechts krass wird mich jetzt wahrscheinlich auch kühlen nämlich an nach trischock und der da vorne kriegt auch einfach nicht mit das hat jetzt auf jeden fall gut verteidigt das wird ja das spiel aber trickleinung ob er wieder ja schade ich wollte wegschwimmen aber ich habe gesehen was abgedrückt und ich dachte vielleicht deswegen habe ich auch gehört zu schwimmen ich würde nicht in meinem belieben dann der doppler kommt schon wieder und pusht mich hier weg aber sehr gut hätten wir auch mal so ein aggressiven doppler im team dass wir so ein trauen war das an mich gerichtet aus der tenner und blaster soll guter blaster vielleicht ist aber der splitter also wo es sein ist die nach vorne und schlitz alle auf so war beim blaster ich bin dabei lasse nicht ganz involviert gerade ob dessen agressiv eine aggressive waffe ist oder nicht aber ist der tenner quasi sowas wie ihr tenner also diese diese ganze diese gasse ich weiß nicht wie die auf deutsch heißen und diese brücke muss sagen nicht gut der streifenwaldstraße ist die zone zu groß und die ist ja auch länglich und also die ist ja auch breit und nicht länglich und dann ist doch der gleiche doppler ja ja da kommt schon wieder und töte wieder ein und alles wird was haben wir im pain brust schwierig ich glaube wir haben die kann auch nicht mit den aggressionen klaren kann haben ja nicht wieder den seinen bleibschiff ja ja was auch was hat bei einer getroffen irgendwann lernt man ja daraus wird man einfach schon ein paar bomben und dann wieder schon da rein naja kommt wieder der doppler einfach ablenkung ist leider verworfen ist bei mir hier oben und eine doppler push schon wieder pass auf ich habe mich vorne positioniert da ist noch einer recht sind also vor die jetzt hier bin abkämpft doch und da kommt wieder der doppler bei mir holt euch das nicht vertraue ich muss ja mit dem fächer färber der seite ab in einem stift und eine doppler ja ich habe einmal getestet da war der dach und sich beide holen jetzt einfach hin wird eine bombe vielleicht das hätte ich hätte nicht springen sollen das war total doof das ist jetzt alleine händler stammt zu dir was warum kann der denn davon und nicht verstehen manchmal die range ich hätte das nicht hingekriegt und er steht da noch ich verstehe manchmal nicht nur leider ohne schweiß ich verstehe ich wieder mich von da unten weg holen konnte aber gut ich akzeptiere das schicksal ja 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 Da, wir haben eine Schlange, da. Oh, dann push me! Ah, das ist nicht gut. da liegt es einer der gasse ich muss zurück ich sterbe in der gleichs bombe und dann kriegt er mich trotzdem auf ich bin ein ich bin ein ich bin ein ich bin ein allerdings bei mir ist einer wahrscheinlich wieder weg ich habe es von hinten wahrscheinlich hat ja ja einer von links die tatra die die dauern dann noch die kämen dort aber bevor du mich jetzt hier holt super warum dann treffe ich dir nicht mal da sind ja noch hinter dem blog habe ich was sind eigentlich 20 und selber zu gewinnen schwer sind sind dauernd 100 meter lange zu laufen fahrrad auto helikopter teleportation unter immer die frage an und welcher die ganzen aber ich glaube wenn es darum geht ich glaube du bist jetzt wahrscheinlich 400 erreichen auf freelance ich glaube das ist so der die phase die es am heftigsten wird so ich habe dann kommt noch der die paintbrush ist noch eine sprung links bei denen dieses weg wahrscheinlich da vorsichter kommt gleich einer zu ja ich sehe es er kommt wieder zurück ich wollte wieder disrespekte schon ja der kommt gleich zu dir er hat mich schade oder das bräser spielt einfach wie das bräser er blut einfach so eine gewollt mit sauger ja die bohren müssen werden was kannst du es einfach immer noch gekürzt ja gut ja die haben ja da glaube ich immer noch die sprung her die ist einfach unten in der ecke das ist noch einer so durch team mit zombie walk da auch einfach rein scheinbar nicht auf die karte geguckt beim respawn ja hier steht die bohren schon wieder ist immer weg hat es passiert ist wieder bei uns ich habe weg 9 ist zu erreichen alles oder hast du das schon mindestens mal 600 übrigens gegen den maniko und gegen diesen bk die habe ich jetzt wahrscheinlich wie acht momentan verlobt die unter anime das kann ja jetzt eigentlich wenn sie rechts und der rolle jetzt nicht mal zurück oh mein gott und einer ist wieder bei uns der kommission hin und killt dich mehr mehr Okay. Bombenkirche, haben wir lange getroffen, dass ich einem die ganze Zeit den Rücken schieße. Jetzt kommt der kleine von hinten, ich stelle schon mal meinen Trank, danke auch für euch. Ja, der ist wieder runter. Oh Gott, der ist jetzt rechts in der Ecke und springt zurück. Ja. Der hat auch links eine Sprungbrähe, ich mach die mal weg. Vorsicht, da kommt der Pinsel gleich wieder. Ab ihn mit der Bombe. Ich mache die Sprungbrähe immer weg. Da hat er ignoriert, einfach. Wahrscheinlich ist es auch echt das Beste, wenn er nach vorne geht. Ja, weil wir haben es geholt. Von rechts kommt der Roller. Ja, dann gehe ich mal über links zurück. Von links wegen geholt. Sehr gut. Ganz wilde Aktion, aber ich lenke die jetzt einfach mal von links ab. Ja. Ich mache jetzt einen Sager. Oder noch geholt. Noch angeholt. Ja. Der Rest ist in der Zone. Ja, ich bin dran. Das zudem. Ja, wir sollen. Boah, Lego Flank hat funktioniert. Ja. Da ist der Trieschock berat der Knallstoffe. Ja. Hinter mir war dieses Scheißkissen. Fuck. Ne, hinter der Wand links ist einer. Ja, ich weiß, da habe ich schon einmal getroffen. Ich bin zurück. Oh nein, ich bin da runterge- Oh, ich wollte gar nicht da runter. Ich dachte, da wäre noch oben. Ich war das oder? und das weiß ich jetzt nicht ich habe gesehen dass jemand in der nähe wenn sie kommt wieder links wo ist denn der dahin und manche den sagen dann mal naja vielleicht ist das jetzt die richtung so chance war der rolle kommt jetzt rein er zwei totes was drei tod ich bin zurück ach nee da hätte ich nicht hingehen sollen war eine doob idee ich hätte auf der rechten seite nicht so weit nach vorne aber ich dachte kann wenn ich da schon bin aber der rolle hat es echt noch geschafft mit so ein schade der flank war einfach legos furchter traum ich fand den flank nicht schlecht die eine kenne ich ich glaube ihr spielt sehr häufig dass ihr jeden kennt oder fast jeden mit mir habe ich früher ab und zu marika gespielt das ist mal bei mario party gerät spielte hast du welcher ist es ja wie heißt das war der ist das ist okay also einfach immer nur auf die schock und dann die ist auch weiß ich sie lang oder so jetzt kriegen wir die richtigen schütter vorgesetzt damit wir auch mal wieder gewinnen okay hört mich nicht und wenn wir dann recht zack weg damit und wenn wir dann recht zack weg damit dann kommt die schock gleich rein naja da wird sich schon hier eine von uns holen ich habe die zone um cool dass der feind ist per sich auch zu machen immer hier mit der sauger rein das ist ein teammate ich dachte das für ein gegner auch wieder 70 spishet auch wieder 70 spishet ich habe nicht mit der sauger wieder ready ich habe nicht mit der sauger wieder ready kontrolliert runter spielen eigentlich da war der feind ist besondere reing wir kannst du nicht kontrolliert runter spielen es ist aber die mails wollten jetzt so viel ärgerlich ich weiß nicht okay der ist tot ich weiß nicht okay der ist tot das ist der ich muss weg noch neben impien strike ich wollte von den scheiß strahlen weg na gut Max Junior kriegt seine Dinger, ich werde vom. Danke. so raus aus dem regen war entweder ein wegen oder an den sterben was ich hier kommt nicht so er hat die wolke und die hohen sich noch mal die herrscher ja passt ja ich glaube wenn ihr ein märz da nicht zu aggressiv nach vorne da sich weg holen gelassen hätten dann hätten wir es echt kontrollierter spielen lassen können aber siege sie dass wir uns auch nicht in meinem wege stehen so aber ist zum beispiel auch nicht immer so drin glaube ich naja da kommt wieder einer zu mir ja was ich nicht getroffen habe ist echt lächerlich richtig schlecht ich bin mal wieder dazu immer hinter diesem block hier ich bin mal zurück ja jetzt nicht von der bombe kehren lassen egal mit dem habe ich mitgenommen ja gut so wo stelle ich mich als dritter beckleiner hinten rechts im gang ist einer es ist eine stempel der Bogen wollen wir 321 ja weil 200 und ich bin einer davon ich habe geliebt viel zu spät darauf reagiert der feind ist per se marschiert hier immer und killt einen nach dem anderen immer mit dem sauger wieder rein wo er mal geholt jetzt hat er mich geholfen ich wollte eben gegen werden gewinnen Na ja, der Bogen hat wieder ein Dingenspray, die Stempel. Gehen wir woanders hin. Ja, das ist es gewesen. Schade, aber ich habe echt nicht weggehen sollen. Aber ich dachte, das ist so safe. War das der Feind ist, der dann das aufgehalten hat? Ich habe keine Ahnung. Ja, ja, der hat dann Double Kill gemacht und ist aufgehalten. Ärgerlich. Weil die Gegner zu krass waren. Aber ansonsten, ausgenommen von den dreien, hätten wir sonst alle gewinnen können, bin ich der Meinung. Ja, kommt halt, weiß ich nicht, ob ich jetzt mit einem Schirm da hätte besser aushelfen können oder keine Ahnung, was gibt es noch, sowas hätte ich auch. Boah, ich glaube, Nudeln aus. Ich weiß nicht, es gibt, glaube ich, einige Wochen, wo ich sagen würde, boah, schwierig. Ich weiß nicht, es ist schwierig. Ich weiß nicht, es ist schwierig. oh lol manchmal noch mal einen Sauger jawohl, sehr gut ach guck mal den Kind, wie so zusammengearbeitet ja, ja schon wieder, kann der Blaster bitte sich ein bisschen offensiver positionieren jetzt sind wir hier echt schon in dieser Schütter Region, dass wir auch Team jetzt kriegen die nicht wissen, was sie tun sollen ah ja, 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 das ist echt belassen Irgendwer muss links sein, der wollte mich gerade noch pushen. Geh nochmal mit dem Saga rein. Ich weiß nicht, ob der Kassner wurde, der wusste auch nicht, was er macht. Ja, ist ja gut. Ist da nicht rechts einer gewesen? Oh, ich springe mal schnell zurück, bevor ich hier kriege. Oh! Ich glaube, der holt dich, oder? Ja, gegen Zipka ist da keine Ahnung, der dasht einfach die ganze Zeit gegen mich. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was das für Zombies sind, die Gegner und wir hier trotzdem so aufs Maul kriegen. Mann, dann holt mich doch die Bombe. Oh, das hätte gar nicht passieren können. Und der Kraken. Warum? So schlecht, ey. Ich... Ich bin... ...fockiert. Ja, das sieht doch mal wieder nach guten Gegnern aus. Ich glaube, wir haben den Splatina von gerade. Ja, das kann sein. Aber wir können mit 1,7 Splatina... äh... Rechnen. Hm, eine Fernblaster. Na, sehr gut. So muss man das machen als Fernblaster, nicht so scheiß defensiv wie unser Fernblaster gerade gemacht hat. Gucken wir, was sich hier macht, wie der hier hochschießt, hat unser Fernblaster gerade kein einziges Mal gemacht. Wie noch der Blaster bei mir rechts auf der Seite sagt... Ja, das ist auch so gut, wenn wir es mit der Herrschaft holen. Von rechts auf der Blaster. Und ich krieg den Blaster nicht, oder so wie... ... oder war wie... ... das verkraft zurückzuspringen... ... und jetzt geht der Splatina da rein... ... und dann der Linkshof... ... ja, der wird zurückspringen... ... der wird nicht zurückspringen... ... ist auch noch... ... ist ja schon einer... Krass... ... und dann kann ich... ... immer mit Sauger rein... ... mal gucken... ... vielleicht wird es dann gleich das letzte Spiel... ... komm doch an wie lange das geht... ... würdest du sagen, die Gegner waren jetzt gut, weil du meint das gerade, das wird... ... sind mal gute Gegner... ... ich habe nicht auf die... ... also das war bestimmt die besten Gegner... ... im Anderen... ... da werden noch zwei Minuten zehn Sekunden... ... da werden wir kein zweites Spiel mehr schaffen... ... soll ich mich markieren... ... ist okay... ... das war schon... ... ich wurde gestempelt... ... was... ... was hat jetzt noch geschossen... ... oh... ... hä... ... na gut... ... ok... ... zack... ... ja auch schlechter Trank... ... obwohl die bekommen den... ... ja... ... ja... ... das war herrschaft... ... ja cool... ... aber noch 40 Sekunden... ... 35... ... nein... ... das wird nichts mehr mit neuem spielen... ... na ja... ... die... Animationen und alles noch, ich glaube hier dauert ja auch immer so.